Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren ilustren Runde von Matzes Podcast. Der Grund, weswegen ich das heute mache, ist, ich möchte noch das eine oder andere Thema ansprechen, welches beim Nachwort vom Spiel gegen den Hamburger SV eben nicht angesprochen wurde. Zuallererst, ich bitte wirklich vielmals um Verzeihung, dass das Video doch zeitmäßig etwas später gekommen ist, denn geplant war tatsächlich, dass es gegen Mittag online kommt, aber ich musste das Video mehrfach exportieren aus dem Videoschnittprogramm. Das hat es dann netterweise immer bei 89% abgebrochen, nicht bei 5 oder 10 oder sowas, nein, 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 immer ganz kurz vor Schluss, dass man eine Ewigkeit wartet, bis es gerendert hat, damit es sich dann entscheidet, nee Matze, man kann es gerade nochmal anfangen. Und genau deswegen musste ich leider auch Grüße rausschneiden, weil anscheinend irgendwas mit dem Codec dieses speziellen Clips war. Ich habe keine Ahnung. Also das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich gewesen, aber es bedeutet auch wirklich nicht, dass ich nicht an euch gedacht habe, Heiko, von ganzem Herzen, vielen, 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 vielen Dank für dieses richtig geile T-Shirt, das ihr ja jetzt gerade eingeblendet seht. Ich habe mich darüber sehr gefreut und deswegen wollte ich mich dafür an dieser Stelle nochmal wirklich ganz herzlich bedanken. Ebenso möchte ich mich bedanken beim lieben Marcel, der mir den Spieltagsschal gegeben, beziehungsweise geschenkt, überreicht müsste man ja eher sagen hat, denn, äh, ja, das war ja mein Gewinn vom Bruder-Battle, das ich, ähm, glorreich für mich entscheiden konnte. So, das wollte ich nur ganz zu Beginn direkt sagen, gehen wir aber jetzt rein in die Thematik des Spiels gegen den HSV. Zuallererst riesen Respekt an die Anhänger des HSV. 7000 Leute sind da mit am Start, reißen da richtig was ab, hat mir sehr, sehr gut gefallen, egal ob die Pyro-Aktion oder sonst irgendwas, das war halt schon richtig beeindruckend. Und wenn man da jetzt natürlich berücksichtigt, wie krass die Nachfrage für diese Begegnung war, ihr seht es eingeblendet, es ist so unfassbar krass. Rekord, das ist einfach richtig geil und zeigt einfach nur, wie unglaublich spannend die zweite Liga ist und welche Namen sich darin tummeln. Und da müssen wir gar nicht irgendwie in die erste Liga schauen, um interessante Begegnungen zu haben, denn da gibt es doch den einen oder anderen Klub, der, äh, ich sag mal, weniger Zuschauer anzieht. Aber was ich noch ganz besonders hervorheben möchte, war das Banner Hasemann unvergessen. Richtig, richtig geil, ganz große Daumen hoch an dieser Stelle, riesen Respekt und hat nochmal gezeigt, dass die Fanszenen zusammenstehen, wenn es um derartige Dinge geht. Und ich habe es im Video schon kurz gesagt, also vom Sonntag, gestern, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach grandios gewesen, die Zeit mit den Hamburgern zu verbringen, das war einfach cool und, ah, einfach herrlich. So kann es doch immer laufen. Wirklich ganz viel Freude, bis auf das Spiel, auf das ich jetzt zu sprechen kommen möchte. 1 zu 0 hieß es nach knappen 10 Minuten Robert Glatzl. Lass mich mal kurz zurückdenken, den Namen, den kenne ich doch irgendwoher. Ja, er hat beim FCK gespielt. Es ist ein Phänomen, dass Ex-Spieler von uns gegen uns treffen. Es ist einfach unglaublich. Egal, 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 egal. Denn wir haben das Spiel ja dann sehr, sehr schön gedreht. Also das Tor von Ritter, Tomiak, muss ich natürlich vorher noch erwähnen. Das Gefühl, zwölfte Tor von ihm in dieser Saison. Gut, es war das vierte, aber richtig grandios. Also der hat ja einen richtigen Torriecher mittlerweile. Und Ritter ebenso ein wunderschönes Tor. Und selbstverständlich hat es mich dann umso mehr gefreut, dass auch Terence Boyd endlich wieder weiß, wo der Kasten steht. Und, ich hab's ja auch schon gesagt, vielleicht jetzt auch Lunte riecht, hey, jetzt kann meine Stunde gekommen sein, dadurch, dass Ache ja verletzt ist, sich wieder zu empfehlen. Und ich glaube, das hat er mit seiner Leistung getan. Ja, aber ab diesem Zeitpunkt kippte das Spiel. Glatzl schnürte selbstverständlich noch einen Doppelpack und dann knallte auch noch der Ausgleich rein. Dieser Flankenversuch, der dann doch zum Torschuss wurde, einfach unglaublich frustrierend. Aber ich denke, dass sich hier niemand so sehr darüber geärgert hat wie unser Schlussmann Kral. Er hat da wirklich einen Fehler gemacht. Und die Betonung hierbei liegt auf EINEN Fehler. Niemand hat sich so darüber aufgeregt wie er. Also zumindest kann ich's mir nicht vorstellen. Denn eigentlich sind das Dinge, die er ganz, ganz lockerflockig hält. So, ja, alles klar, Diggi, den nehm ich jetzt einfach mal. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, welche gigantische Kompetenzen er eben als Keeper hat. Und, ach. Aber vollkommen egal. Mund abputzen, weitermachen. Julian, wir stehen fest hinter dir. Morgen geht es gegen Köln. Und da wird er wieder zwischen dem Pfosten stehen und wird ihn dieses Mal sauber halten. Zumindest hoffe ich das. Ein letzter Punkt, den ich auch nicht angesprochen habe. Opoku, was machst du denn da? Da wird er mit einem Godlike-Pass auf die Reise geschickt. Und verzwirbelt das Ding. Eine 1 zu 1 Situation. Das hätte das perfekte Sahnehäubchen auf diesem Spiel gewesen sein können. Aber es hat nicht sollen sein. Dementsprechend haben wir halt in den letzten 5 Spielen 7 Gegentore bekommen. Obwohl wir 6 Tore geschossen haben. Oh, was ist mit unserer Defensive los? Aber, ey, ich bin nach wie vor noch immer guter Dinge. Wir sind ja noch immer oben mit dran. Und ich glaube nach wie vor an unser Team. So, ich glaube, das waren jetzt aber alle Themen, die ich abhaken wollte. Und ich betone nochmal, morgen bin ich nicht dabei. Es wird dementsprechend auch leider kein Video geben. Ich habe leider auch irgendwie noch ein Privatleben. Das ist gerade beim DFB-Pokalspiel sehr, sehr ärgerlich. Denn, naja, Köln hat einfach mal 6-0 auf den Sack bekommen. Gut, von diesem Scheißprodukt aus Leipzig. Das hätte da nicht sein müssen. Aber gut, dann schauen wir einfach mal, ob wir das ähnlich gut hinbekommen. Ich vertraue da auf uns. Und ich vertraue ebenso sehr auf euch, dass ihr unsere Mannschaft nach vorne treibt. Das war es dann auch schon wieder für dieses kleine Video. Wie immer hoffentlich, dass es euch gefallen hat. Eure Meinung bitte unten in die Kommentare. Das möchte ich ganz kurz nochmal laut und deutlich betonen. Ich finde das so schön, mit euch mich auszutauschen, zu diskutieren. Ich lese wirklich jedes einzelne Kommentar. Und versuche auch immer drauf zu reagieren. Mit einem Herz oder mit einem Antwortkommentar. Denn ihr liegt mir echt am Herzen. Und das meine ich ganz im Ernst. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Morgen will ich, dass wir weiterkommen im DFB-Pokal. Also Vollgas. Und ich würde jetzt sagen, wir sehen uns im Block.